Die Feinde von Atlantis Jetzt habe ich es mit jämmerlichen Piraten zu tun Glaubst du das wirklich, Atlanter? Atlantis hat immer noch Feinde und du bist derjenige, der ihnen entgegentritt Jeden, der mein Heim oder meine Familie bedroht, ist bald ein Platz in meinen Träumen gewiss Diese Feinde sind nicht wie die anderen, Arcanthos Sei auf der Hut, dunkle Zeiten stehen bevor Und du wirst gebraucht Arcanthos, wache auf Admiral? Herr, am Horizont wurde Land gesichtet Wir sollten Atlantis bald erreichen Ausgezeichnet Wie freue ich mich darauf, meinen Sohn Kastor wiederzusehen Ihr könnt die Omen nicht ignorieren, Arcanthos Poseidons Missfallen ist nur allzu deutlich Wir müssen helfen, die Belagerung von Troja zu beenden Wenn wir jetzt ausrücken, sind wir erst dort, wenn die Schlacht geschlagen ist Und selbst wenn wir rechtzeitig eintreffen, können wir nur noch das Banner von Atlantis zeigen Keine Aufgabe für einen Admiral Wir würden Agamemnon beleidigen, wenn wir einen der jüngeren Offiziere schicken Er beschwert sich bereits über die geringe Aufmerksamkeit gegenüber den griechischen Kolonien Nein, ihr müsst es sein Beim Heiligen Kastor, bleib hier Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück Zu einer Folge Halt den Hafen bis sie eintritt Ich gehe mal kurz rüber Arcanthos ist ein Held und sehr effektiv im Kampf gegen mythische Einheiten wie Kraken etc Ah, das ist gut Das haben wir schon gelernt, glaube ich Sehr gut, aber wir sollten auf weitere Angriffe vorbereitet sein Ach, die habe ich vom Holz abgezwackt hier, ne? Okay Ähm... Felderwirtschaft Das da... Gedenken Sie, weitere Toxotes können in der Schießanlage ausgebildet werden Jo Ich habe gerade andere Sorgen Ich muss ja viel machen am Anfang Läge Orthos So, und jetzt das und das Zwei Wie bekommt man den Fehl defensiv? Das mache ich euch Piraten Ein Landungstrupp Hettimus Orthos Lege Pani Wo landen die denn? Lege Vulome Landen da? Läge Vulome Läge Vulome Wie da? Hettimus Ja Hettimus Ne? Ist wohl nicht Die Dörfer ohne Arbeiten im Dorfzentrum westlich des Hafens. Wenn Sie einen bestimmten Rohstoff zu wenig haben, sollten Sie ihnen befehlen, diesen zu sammeln. Gut, machen wir. Machen wir nur zwei Trupps. Ein weiterer Kakel! Posaidumszorn ist deutlich! Und ein bisschen. Äh! Ein Landtagstrop! Prostagma! 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 Vulome! Läge Vulome! Läge Vulome! Läge Vulome! Läge Vulome! Läge Kalos! Mach das Viehplatte! Prostagma! Prostagma! Vulome! Zwei... ...hundertachtzig... Pettimos! Vulome! Gute Arbeit! Aber haltet die Augen offen! Prostagma! Prostagma! 200! ...upgrade schon... Arcanthos vergesst nicht, den göttlichen Zauber zu beschwören. Sie finden die göttlichen Zauber am oberen Bildrand in der Mitte. Wo soll er denn da? Der göttliche Zauber Regen steigert den Ertrag ihrer Felder. Pettimos! Vulome! Vulome! Pettimos! 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 ...hör! …nei! Ein Landungstrop! Pettimos! Prostagma! Pettimos! Pettimos! Läge Vulome! jetzt kommt da hin ran gut ausgezeichnet alle mann an die posten es ist noch nicht vorbei es wäre von vorteil waffen und panzerung in der waffenkammer weiterzuentwickeln auch mehr gold das abgeht schon jetzt mal noch einen dran das kostet 150 er ist noch nicht dabei jetzt schon lege zwei schwarze segel hier raten auch mal rüber da ist was drin da ist nix drin kalos kalos lege ich mache das auch mal schiffchen hier rüber der göttliche zauberwiederherstellung zeigt ihre einheiten und repariert ihre gebäude das ist noch nicht so notwendig die 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 wie hier sich das wird die Ein Krake! Bitte, dass dies der letzte ist! Ein Landungsstruck der Piraten! Läge, Pani! Pani! Prostagma, Kallos! Prostagma! Läge, Läge! Boro! Prostagma! Läge, Läge, Läge! Prostagma! Läge, Läge! Läge, Läge! Der wird erledigt von denen, das finde ich gut! Prostagma! Prostagma! 2 Orthos, Pani! Läge, Läge! Die Streitmacht aus Atlantis wird bald hier sein! Prostagma! 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 Erobern Sie das Gebiet zurück, um Ihren Helden wieder zum Leben zu erwecken. Jetzt haben wir hier so viele. Jetzt lässt es euch nicht so baiten. Haben wir es gemacht? Und die haben da oben das alleine gemacht. Sehr gut. Dann haben wir das geschafft. Ja. Ein weiterer Fingerzeig von Poseidon, Arcanthos. Seine Kreaturen helfen den Piraten. Vater, der Dreizack wurde gestohlen. Was? Ja, er wurde während der Schlacht gestohlen. Amos. Es könnte kein klareres Zeichen geben, Arcanthos. Wir verlieren Poseidons Gunst. Wir müssen handeln. Ich gehe zurück nach Troja, wie er verlangt. Ich werde den Dreizack auf dem Weg dorthin zurückerobern. Cethos, nehmt Vorräte an Bord und sammelt unsere Männer. Wir stechen in See. Kann ich mitkommen? Nein, ich brauche dich hier, falls Sie zurückkommen. Keine Sorge, ich werde bald zurück sein. Ja, das war es mit der ersten Mission. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Und diesen göttlichen Zauber-Wiederherstellung habe ich, glaube ich, zu früh eingesetzt. Den hätte ich beim finalen Kampf besser gebraucht. Tja, also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und tschüss. Tja, also wir sehen uns im nächsten Mal.